Digga, Dave, Bruder, Dave und Dominik, ey, ich sag das so oft, ey, was ist euer Kanal-Konzept hier? Also, ja, nee, es geht noch, es geht noch. Weg noch drei Stück, komm, 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 kleiner Mann, komm, kleiner Mann, steh auf! Hey, Mann! Nein, ich schaff's nicht! Komm schon, komm schon, komm schon! Baby, 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 I could walk. Oh, ich hab grad noch mal mitgebiegen, weil ich nicht wusste, ob ich's schaffte. Also, ey, wie viel ist denn auch, ne, Bert? Woher hast du die Hose, die kommt fresh? Da fehlt eigentlich auch der KMN-Beat. Die Schuhe, die hab ich hier im KDW gekauft, 350 Prada, neuste Edition, die Hose, ja, man kennt's, Zara, Zwanni, was ist schnapp, kein Joke, die Hose, ne? Hemd, ist Prada, wie der... Kein, kein Joke, es ist so true, Digga. Ja, wobei, wie viel es dir auch, wie viel es dir auch gehört, Jeans ist immer von Zara für den Zwanni, weil juckt nicht. Wie gekauft, 350 Prada, neuste Edition, die Hose, ja, man kennt's, Zara, Zwanni, mach's schnapp, kein Joke, die Hose, ne? Pemmt, ist Prada, ne, Resonation, Sommer, ist lustig, ja, ist lustig, ja, ist lustig, ja, ist lustig, wirklich, ne, das ist es. Hier ist ein Uferratze, hier werd ich nachher pennen. One hour later. Und einem riesigen Regenwald. Brr, ich hab da so gut geschlafen. Du folgst Sarah? Geier, ich folg Sarah nur wegen Latzo. Digga. Du bist auch ein bisschen verdächtig still nach der Aussage, ist, äh, nicht glaubwürdig, oder was? Du kannst ja mit Sarah spielen, wenn wir zu leise sind. Äh, Isar, sei, ey, so ein, ach, ja. Oh, du bist denn, die FCA, wie geht dieser Zlinger zum Eilis jetzt? So. Ach so, sie streamt, Leute, ohne, ich kenn die Streams, ohne Streamchat. Chat, das ist nicht, das ist kein R, das ist keine Drohne, wo es, sie streamt, Leute, ohne Streamchat. Ach so, perfekt. Ja, ja, sie streamt, Leute, ohne Streamchat. Einfach hier, das Bild anklicken. Ja, ja, ich kenn die Challenge, ohne Streamchat, so, ja, klar. Are you ready, Leute? Ah, okay, lol. Don't, salam, chat! Das ist eine ganz, warte mal, selbst Outfit? Selbst Outfit, Bro? Ich glaube, 1 zu 1, oder? Eine ganz berühmte Sängerin, wer ist das? Dua Lipa? Hä, wer ist Dua Lipa? Das ist nicht sein Ernst, das ist nicht sein, ich bin, ich bin schockiert. Wer ist Dua Lipa, ist gleichzusetzen mit der Frage, wer ist Jesus? Sascha, du bist eine sehr, sehr geile Sohn. Sascha, du bist eine sehr, sehr geile Sohn. Oh yes, joit, ich bin's Tim. Und glaub mir, demnächst hast du Stress mit Isa. Aber, das wirst du dann noch erfahren. Nein, 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 Isa, nein. Oh my God, no beef. Iba Provaxin. Okay, Bro, okay. Einfach ein Eichhörnchen. Bro, for real, auf den ersten Blick, chat, bitte. Ehrlich, ich hab jetzt, auf den ersten Blick, ich war nicht der Einzige, der dachte, Eichhörnchen. Nicht der, wirklich nicht. Oha. Alter, Bro, stabil, ehrlich, Bruder. Oh nein. Geht mit mir gemeinsam jetzt in Hetlitzschrein. Ihr seid noch nie geflogen, ihr habt noch nie einen Flughafen gesehen. Gönnt euch meine Stirn. Schade. Liga. Oh mein Gott. Ist da jemand hier named Sascha? Ja, Bro, wassup, man? Ah, the chat told you to upload the new main channel video. Okay. Alright, thank you. Thank you for telling me, Bro. GG, guys. Ich hab Schwanz gespielt, Alter. Verpiss dich, Mann. Er sagt, dass er gut gespielt hat. Digger, ich hab nur kassiert, ich war einfach 10 Scheiße für die Gegner, Mann. Verpick dir Scheiße, Mann. Damit die Mikuta Laune jetzt wieder reinküren und mir den Wheel an meinen Kopf drücken, Alter. Das war ich, Mann. Ja. Was? 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 Hau! Was? Was? Gut, Skeppler jetzt. Was ist passiert? Geht's dir gut? Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Soft Reifen. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Soft Reifen. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Rote Reifen. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Weiche Reifen. Das konnte ich nicht hören. Wiederhol es bitte. Weiche Reifen. Wiederhol das bitte. Der Funk stört. Weiche Reifen. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Gut. Kannst du das wiederholen? Steffi, glaubst du, als wenn du jetzt ein Kind bekommen würdest, du wärst im Kreißsaal. Glaubst du, du würdest es packen? Ich sollte umkippen. Also, darüber rede ich schon mit Ayla auch schon seit, seit eineinhalb Jahren. Boah. Seit wann, seit wann probierst du es denn? Was war das jetzt? Oh nein, 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 Chat. Oh shit, oh shit. Warum bin ich da ins Kies jetzt gerade gekommen? Also, ich weiß nicht, wie ich das angestellt habe. Oh nein, oh nein. Chat, wir gehen heute noch in Formel 1. Wenn Spenny bei Among Us da ist, wir spielen nach Among Us Formel 1 mit Spenny. Ich bin in Dushi gefahren. Aber Sascha, dass du dich hier rein und gerade wieder vordrängst, bist du doch... Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Was ist hier los? Was, warum? Geht's jetzt schon los? Jetzt muss ich einfach... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich muss gar nicht los. Digga, ich bin direkt tot! Nein, oder? Digga! Achtung, Barer Smoke! Er ist der schönste Junge in deiner Stadt. Jetzt bin ich deswegen keff. Ich wusste, der ist ne AIP-League fucking Todesgang, Mann. Ey, keff, du pisser Digga. Wir in groß. Schau mal rein, die dringend. Oh, es ist not. Schaust du auf? Hab ich, Jungs, hab ich's. Digga, gelb ist richtig am Haus. Digga, da wird alles geklaut. Spring, kleiner Mann! Spring! Und jetzt zur Base, jetzt zur Base. Das ist ein clean and run, das ist ein clean and run, das ist ein clean and run, das ist ein clean and run. Bin ich mir auch bei Rotmast? Oh ne, bin ich gar nicht. Digga, ich hab einfach mein eigenes Team gesnitcht. Ich muss euch ehrlich sagen, da bin ich gut weggekommen. Das war in keinem Video. Das war in keinem anderen Video, da bin ich echt gut weggekommen. Ich hab's wirklich nicht gecheckt, Alter. Nein! Hä, was? Wie kann man denn da ausscheiden? Hä? Habe ich? Hä, was? Habe ich? Habe ich nicht! Hat er? Habe ich? Habe ich nicht! Mann, weil ich dumm und hässlich bin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Als ich gezeugt wurde, war Gott AFK, Mann! Ey, ja, hab ich nicht! Blau, 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 blau! Bleib stehen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jungs, lad! Pick! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir schaffen's nicht, Fendi! Wir sind für 150 Ds! Oh nein! Wir schaffen's nicht! Ey, ich hab's wirklich nicht! Ja, ich hab's wirklich nicht! Warum bin ich da? Ich war doch oben! Hey, was ist das? Ich war doch von oben! Ich bin durch! Ich bin durch! Hey, halt dich doch fest, Mann! Hey, halt dich doch fest! Hey, Mann! Hey! 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 Also ich glaube, das ist es gehen! Hey! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kannst du mich hören? Ich kann dich hören! Geh meine Karte und revive mich! Geh ihn! Geh ihn! Let's go! Hm? How old are you? Oh nein! Oh nein! Uns trennen gerade mal! Aufentspannt! Süße 18 Jahre! Er spricht besser Englisch als du! Halt's Maul, Henry! Ein Scheißspieler besser Englisch! Eigentlich das Vokabular, was ich hab! 100%ig! Oh, ich glaub, der ist der... Ja, aber... Wow! You want to have me as friends? Yes! Das geht nicht, Chad! Das geht nicht! Der ist neu! Nein! Oh! Hm... Äh... 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 Geht nicht, Chad! Geht nicht! Geht nicht! Raus, raus, raus! Ihr schreibt alle Ja! Natürlich passen sie so im Moment, aber das geht nicht! Der ist neun! Ey, ja! Wahrscheinlich schlechter Mensch, oder? Yo, Digga! Digga, der ist neun! Ich bin 27! Seid ehrlich, der ist neun gewesen! Das geht nicht! Das geht nicht, Chad! Kannst du dich deinen neunjährigen in deine Freundschaftsliste annehmen? Das geht nicht! In Fortnite! Digga, hätte ich ihn angenommen, dann wäre ich... Dann... Das... Das geht nicht! Scheiße hinter mir, Bro! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Wer ist der beste Spieler? Wer ist der allerbeste? Natürlich hat der... Weiß ich nicht, wo willst du landen? Tilted! Ja, ja klar! Na, okay! Ich bin aber ne 0 von 10, ne? Same, 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 same! Warte, meinst du jetzt von Optik her oder vom Gameplay? Vom Gameplay, ja! Ach so, okay, okay! Bist du von Optik 0 von 10 oder warum? Praxis! Ja, auch! Aber Charakter ist wichtiger deswegen als dieses! Wo willst du genau landen? Äh, weiß ich nicht! Lass mal Uhren zum Landen! So! Äh, 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 ähm! So! So!